Hallo meine lieben Freunde Ich habe jetzt seit mehreren Zeiten kein Video mehr hochgeladen und ich sag jetzt frei heraus woran es lag Ich hatte keinen Bock Ich hatte wirklich überhaupt keine Lust Was ich eigentlich sagen würde ist Leute Ich bin wieder Back Ich versuche Ich kann es nicht versprechen Jetzt versuche ich wirklich jeden Samstag ein Video aufzunehmen Ich habe heute ein Video aufgel... Heute ein Ich habe ein Video letzte Woche Samstag aufgenommen Mit einem Freund der auch schon kennt Genau Ähm Allerdings Bin ich jetzt gerade dabei das Video zu cutten Und für euch ist es ja jetzt aber schon fertig Das heißt ihr könnt das Video jetzt bereits gucken Und Und Deswegen Wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video Und genießt es Ochja Und Abonniert diesen Kanal Lasst ein Like und ein Abo da Ich bin So TUM Nein Leute Lasst ein Like und ein Abo da Und Genießt diese Folge Moiiiiiii Leute Ist es nicht egal? Ja hallo Es ist eine neue Folge Und einer der Folgen die mit Phantom stattfinden Wir spielen heute wieder VR Wie die letzten Male eigentlich auch die ganze Zeit Weil Ist halt lustig Ja Genau Heute mit Phantom natürlich auch wieder zusammen Weil Ist halt Lustig Ist halt lustig Wir Spielen Heute Breachers Dieser Korb wird heute sagen Wie das Spiel laufen wird Gut oder schlecht Möge die Macht mit ihr sein Wollen wir in ne Runde? Eigentlich nicht in der privaten Lobby Sondern eigentlich in der öffentlichen Doch der Kollege von mir hier Hat jetzt gerade Ich gedacht es ist ne gute Idee Mal einfach das Ding zu starten Es ist auch ne gute Idee Würde ich mal sagen Wieso? Ja Also wir machen jetzt eins gegen eins Und ich zeig denen wer besser ist Wir machen mal einen Speedrun Ha! Gar nicht Ha! Länger Schmenger Und jetzt Ab in der öffentliche So bin ich zufrieden Der kleine Gabel hat gesungen Deswegen Copyright Strike Safe Nerv nicht Ja pack das mal Da in die Ecke Also wohin packen? Einfach da in den Gang Hier einfach reinpacken Einfach hier Hier Oder direkt vor die Treppen Eigentlich egal Oh ich Ah eh da komm 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 Da kommen sie Wo? Bei unten hier Ja genau da Da wo du stehst Bist du grad im Schuss Hier genau Da oben sind sie Da oben sind sie Ach da oben Und da Na wer da auch War ja klein War links Alter du bist tot Ich bin tot Ja Jetzt Gut dann nehme ich jetzt diesmal wieder eine kleine Waffe dazu Ein vergrößertes Magazin Schade ist jetzt eigentlich nicht das wichtigste Gute Ausstattung Gott sagt das zu meiner Ausstattung Guck sieht die nicht schön aus Mit zum Ablutschen Ne Bist du dir sicher? Kannst du den Jungen hier fragen Der will bestimmt Der sieht mir so aus Warum glänzen seine Augen so? Ich schau dich mal selber an Digga was geht bei denen hier? Die sind suicide gefährdet Die sind suicide gefährdet Oh mein Gott Ja wir gehen einfach alle da weg Okay der entzieht dort ist weg Ah dumm geht sie gut Oh ne Da kommt einer von hinten Ich hörs doch Jawoll Wir haben einen MP Ah ich hab ihn jetzt reingedrückt Ich hab ihm jetzt reingedrückt Sogar ein halbes Magazin müsste er in seinem Körper drin haben Mal aufpassen Du bist selber fast tot Och Digga er hat dieses Unsichtbarkeitsding genannt Den welchen nehmen wir jetzt Ich glaub wir nehmen glaub ich mal die gleiche die du im Garder hattest Und zwar zack Zack nehmen wir auch nochmal Mama schiebt die Pistole wenn geht Und den Henkel Schalli ist eigentlich unnötig Oh I got a crack Wir sind da uns zerbrechen und dann können wir dann drauf halten Weil der ist dann eh langsam Ich mach so, ich mach so, ich mach so Nicht? Nee Die war die Die Oh oh Dann ist er auf jeden Fall direkt down Halt's hier durch den Schlüssel hinter dir Da hat er uns Granate Hinter uns Halt hinter uns Halt hinter uns Ich halte ihn Halte du vor uns Ich halte dich hier hinter uns Ja 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 Er hat den Dings abgeschossen Halt hinten kommt gleich einer rein Alles schwarz Oh hoi Ich bin tot Ah Du warst mitten in meiner Schuss Ja sorry Ich hab hier glaub ich auf den Balz reingedacht Scheiße Ist egal Ist egal Deswegen war ich auch direkt drauf So direkt alle stumm Direkt alle stumm Direkt alle stumm Ich möchte die neue Map mal spielen jetzt Die neue Den Damm Der ist geil Ich sag's dir Phantom Ja guck mal sogar Dreck kriegt Heißt er jetzt verteidigen Ich glaub von da oben Von da oben Von da oben Wovon da oben Das ist wirklich die beste Ja ja Da ist so ein Fenster Ah Genau hier Ja da oben ist so ein offenes Fenster Kannste raussteigen Dann kannst du an der Daffy von hier Weil meistens erwartest du ja Gegner von Von Haupteingang ne So ist doch gut oder? Nö Er ist Warte mal Er ist schon wieder entstumm Warte mal Von unten 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 irgendwo Jaha Ah er hat mir direkt in den Kopf geschossen Jut Ah endlich mal ne Schnellfeuerwaffe Jeb die komm hier Oh den ersten haben sie schonmal Aye not bad Das ist echt gut Das war gut Die kommt wohne hinten Phantom Bist du sicher? Oh ne jemand kommt bei mir Das ist jetzt die Frage Kommt die da durch Oh jemand ist bei mir Jemand ist bei mir Jemand ist bei mir Jemand ist bei mir Die boomen sich hinten nur Das sind abdeckendes Dingern glaube ich Halt einfach Halt einfach Wenn dir um die Ecke kommen Hast du den Schuss und ruf Was hast du dir geholt? Die normale Pistole halt Mit Charlie Der kommt einer von mir Oh ne das ist jetzt nicht gut Ach de Was? Ok ich kann mir Schotti kaufen Endlich Na dann Mit Scope oder ohne Was sagst du? So eins? Ich mach eins weg Es ist ne Schotti Es ist ne Schotti Es ist ne Schotti Eigentlich braucht man kein Scope dafür Aber Laser mach ich Obwohl Laser Ich lass den Laser weg Wir können eigentlich auch mit einer Hand schießen Ja das ist eh first First Shot Zählen Oh shit Autsch Wenn ich sagen Wir haben den schlecht Spot von allen ausgewählt Aber richtig scheiße man Ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn Ich hab ihn auch einmal gehittet Aber noch mehr Einen hab ich da? Ja Dahinten Ah ok Der hat mich durch diesen kleinen Minispalter noch erwischt Ach es gibt auch nen Dach Cool Dann platzier die mal Am besten Das ist ein Groß Ne 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 mach Gute Frage Hier ist auch noch ne Tür Ne Doch keine Tür Hier ist einfach nur ein großer Gang Die können wir gar nicht absamen Die andere Tür salven wenn Aber hier gibt es keine Tür wie wir salven können Ihr könnt von oben und von Hier kann ich ne Tür salven Da Ne ne das ist viel zu weit weg Das lohnt sich nicht Am besten salvest du die dicke große Tür Ich hab den einen seine Waffe geklaut Die hat dem Gegner geklaut Ne hab ich nicht den Gegner geklaut Den hab ich umgeklaut Ach so du hast ihn von nem Tür geklaut Ich hab ihn nicht geklaut Ich hab ihn getaunt Und weint Aber warte War der Diaz der? Na der hat sich wahrscheinlich eine neue gekauft Wieso war das du denn? War Diaz Da ist einer hinter gewesen Der ist gerade abgebaut Warte Digga was ein NPC der ist Ey ey Warte Hat abgebaut Zwei down Ziehen Scheiße Ach mann ich dachte er läuft zurück Hä? Wieso ist das EMP weg? I am ready Wenn du ready bist Und wie ich ready bin Ich bin wieder in meinem Element mein Junge In deinem Element Ja Ich hab wieder meinen Lieblingsspitzel Wie ein Erdbändiger Nee Ich bin wohl eher der Meister des Lichtes Hehehe Boai Das geht nicht vom Schießen Brot ne Weiß ich schon Ne war kein Hey You Finally awake Das war ein Versehen Das musste ich wollte grad runterschmeißen Du hast es gesehen Wir wissen dass wir von hier oben kommen Ne? Ja Ehhh Also nicht ans Fenster gehen Das ist ein anderer Typ Oh warte mal Ich glaub ich hab den falschen gestummt Ich frag mich grad warum redest du nicht mehr Ich hab nicht gestummt Oh ja all y'all over there Das kann doch nicht sein ey Das ist der schon wieder entstummt Entstummt Die war so schön Die ist mitten durch den Türrahmen Richtig sexist Maxi Oh Oh fuck Okay da kommt einer von vorne Glaub ich Sag ich doch Wenn irgendwie immer der Herzunterdruck geht Wollen wir hier direkt reingehen So ganz ganz offensichtlich Ich glaub das ist sogar der Eingang zur großen Halle Ne? Schmeißt du einfach die Fläche unten drunter rein Warte warte Pass auf pass auf Die wissen dass wir hier vorne sind Die hören doch unsere Steps Eklat Genau Und sterben Passiert Sind die jetzt durch dich gestorben? Nein ich hab Ich wollt grad schießen Der hat mich dann getötet Scheiße So Leute das war's mit dem Video Ich hab es euch gefallen Lasst ein Like und ein Abo da Und Und Was mach ich mir eigentlich vor Jungen Ich hab diese Abo und ein ganz schlocker schon 30 Mal gemacht 30 perfekte Maler Man Ja wie schon gesagt Leute Lasst ein Like und ein Abo da Und Ich Seh ich im nächsten Video wieder Tschüssi Y Oh fuck Vielen Dank.